Du interessierst dich für eine Naturwissenschaft? Wolltest du schon immer mal wissen, wie die Arbeit in einem Labor aussieht und worüber man so in seiner Masterarbeit oder Promotion forschen kann? Dann bist du hier bei der Videoclip-Serie der FAU genau richtig. Hi, mein Name ist Annette Depe. Ich bin Rudolfo Kahl. Mein Name ist Dr. Jenny Turton. Hallo, ich bin Michele Spinola. Michael Schuster heiße ich. Ich heiße Nia Gläusner. Mein Name ist Lisa Fox. Das spannendste an den Naturwissenschaften ist eben die Ungewissheit. To figure out what is beyond, what is not, is amazing. Wenn wir schon alles fertig hätten, dann müssen wir gar nicht mehr weiter forschen. Tschüss.